Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Call of U.R.S. ganz leer. Wir sind bei der Segemühle angekommen, Schießerei bei der Segemühle und wir machen gar nicht lang rum, sondern starten einfach direkt mal ins Spiel. A few weeks after that dustup at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked team and the Cowboys to their hideout at a sawmill and they were loaded for bear. I do not meet. TNT, the dynamite, TNT, somebody's coming! So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bright? Yep. They both deserve to die and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready boys! Get ready boys! Murderer! Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise. And after that gun fight at the OK Corral, the Plantons wanted revenge. What the, what was that? What's this? What do you do? What's that? Quatsch, 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 denn... Aber die Konzentration... ...dann nicht wirklich... Kopfschmerzen... So they murdered Morgan Earp... ...and grievously wounded his older brother Virgil. What the f... Yeah, she's the doll. Kill him! Don't let him get away with that! Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride... ...hunting those Outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Man, man, man... We could have already got a cell of the nerfs, guys. Und da ist die Konzentration-Anzeige wieder voll. Der Wehr-Munition! Juhu! Endlich! Die vollen Munition. Die verschwinden ganz schön schnell, die Jungs, muss man mal so sagen. Das hätte mich nicht gefördert, wenn die ein bisschen länger liegen bleiben würden, so... ...für Munition und so, ne? Dat wär schon was gewesen. Aber, so wie das mit dem Moden kommt, ich jetzt Arden. Nee, nein. Genau, das hat ein bisschen nach... Das ist doch voll gut. Und, so. Und, so. Und, so. Und, so. Und, so. Was man ja nötig. Hier haben wir nämlich auf jeden Fall noch ein paar... ... Geheimnis zu entdecken. Wahrheiten. Geheime Wahrheit. Ich weiß nicht, oder? Naja. 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 Du, 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 du. Naja. Wobei ich's irgendwie schon erwartet hätte, dass wir... ...wir scheinen hier irgendwie nicht so an den üblichen Plätzen zu liegen, wo man normalerweise Geheimnisse, Collectibles und sonstige Charakter, ne? Sondern wir sind doch etwas mehr auf dem Hauptweg anzureihen. Bisher haben wir sie alle gefunden, aber... Wenn man vom Teufel spricht, ne? Wir haben alle anderen Körner, alle mit einem Reden Bandannas. Aber ich war nicht zu lassen Ringo gehen unscathed. Und das ist das, was mich zurückgekehrt. Sie sagen, Ringo war wirklich schnell. Ich habe niemanden schneller gesehen, Junge. Natürlich nicht Wyatt Earp. Das Mann war alle Hatt und keine Katze. Das war's für mich. Das war's für mich. Ja, vielleicht so. Aber Ringo hatte nichts damit zu tun. Er war nur loyal zu einem Freund. Ist das das, was du nennst? Being loyal? Well, um zu diesem loyalen Freund zu kommen, musste ich ein paar Buzzsaws wie groß wie ein Mann passen. Oh, das war bestimmt lustig gewesen. Ach, dann doch, dass wir das nicht genutzt haben. Naja, man wird ja auch noch schlauer, wenn man später in den Spiel, ne? Kann man schon mal gleich alles erzählen. Da kann ich nämlich auch noch sein. Da kann ich dann noch mal machen. Ach, ist... Ich darf rüber. Ich darf überhaupt rüber. Ah, hier wurden sichtbare Wände. Die sind immer so toll. Okay, da wollen sie mich hoffentlich nicht reinlassen. Dann geht halt auch nicht rein. Ich weiß nicht, wie ich mit Munition ausziehe. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich werde mich schlauern. Ich werde mich schlauern. Ich werde mich schlauern. Ich habe eine Frage. Was ist das, Dwight? After old man Clanton died, warum nicht das Son take over den Cowboys? Weil ich, Clanton, war dumber als ein Boxer Rocks und ein Yellow-Bellied-A-Boot. Da kann ich jetzt ja rüber. Was sieht so aus? Ich merk's doch bestimmt nach irgendwas. Ah, da unten ist das drin... Das wurde schon runtergeschossen. Ja, ja. Nein! Rutschig! Rutschige Mistauto! Slippery Son of a bitch! Rutschige Wunderbücher! Ehh! Jetzt holen wir da ein bisschen mehr auf, wenn ich gesagt habe. Wollen wir gucken... Was soll man denn damit? Wollen wir doch mal anfangen? Was ist das denn? Ja, das ist doch... Slippery Son of a bitch! Was soll, ne? Wollen wir das denn ansehen? Und das ist schon cool, wenn wir ansehen. Oh, ich gelang es uns weg. Bittig! Early build! Wir müssen uns irgendwann mal ein paar von diesen Wagen durchlegen. Oh, fuck. Now, where was I? Taking down the entire Cowboy Gang single-handed. Indeed I was, Jack. Oh! Die Indomize! Die Indomize! Die Steh, Greloch! Der Held ist mir gelig! 2 oder4, Kusscksz! Die Indomize! Die Indomize! Die Indomize! Ja, du nicht so sehr, wenn ich das mal sagen darf. Hey! Lass wegzulaufen. Oh doch, ich kann mich durchaus besiegen, das weiß ich auch. Das ist was ich weiß. Das ist was ich weiß. Das ist was ich weiß. Das ist gut. Das ist was ich weiß. Das ist sicher. Ich bin der Müll. Ich bin der Müll. Ich finde sie alle bereit. Jetzt hätte ich freischalten, dass ich das mit dem, dass ich Kugelrückteifel kann. Ja, ich hab den Mut gebeten, dass man kurz den Jungs hat. Wo denn? So, hier hatten leider mal alle gar nichts dabei. Super, die wäre es gefangen auch mal an gewesen. Wo bin ich das denn? Kein Glück für mich. Okay, da sieht das aus. Da muss das wohl stimmen. Na, guck mal. Scheißausläufer. Ich denke, so eine blöde Holzhür hält mich auf. Oh, so you're hiding, too, now! Damn! Ah! Ich habe ein Bulli mit deinem Namen auf, Böi! Ich bin wirklich, dass die Leute hier im Nachhinein sind, oder? Ich bin richtig. Aber alles ist nicht so gut. Doch, lass mich mal. Ich bin richtig. Deswegen ist die Schlange nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Das ist doch so gut. Hey, ich bin nicht so gut. alter kannst du keine treffen was sagt unser fertigkeitenmenü entdecke so ein bildrandes und nachfallen wir die normalerweise nicht sehen könntest während der konzentrationsanzeige und das letzte ist dann das mit den exekutionen ok was machen wir dann beim nächsten level und dafür kriegen wir noch das goldene gewähr vielleicht investiert dann sogar mal noch werden wir dann sehen ich mag wenn es sich gewinnt dann zum einstürzen zu bringen aber ich glaube dass es in diesem spiel nicht vorgesehen das umgehüpfe ist auch nicht so toll ne volle konzentration das heißt beim nächsten hier rein werden können wir vielleicht mal ein bisschen konzentration verfolgen und wer was curly bill did you see him i'm about to get to that band patience i'm painting a picture here it was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly consider your picture painted what happened next well finally the bastards that were still alive made a last stand ja wenn er das bild nicht malt dann mal ich das bild ne schön aussicht das sieht heilig aus also man kann ja sagen was man will aber ich bin der meinung man kann mit cel shading doch durchaus stimmungsvolle grafik zaubern wo man sie dann so hier stilvoll einsetzt voll eins hat sie für mich fast ein bisschen übertrieben aber das hier ist wirklich schick wasserfall das ist doch schon sehr was das ist doch schon ziemlich cool ich würde der an irgendeinen da alles vergessen dass wir da sehen dasarschtel ist halt auch ein bisschen übersichtlich lass noch mal ganz klar so gehen wir haben ja mal einen Sprungwagen aber vielleicht besser nicht Vielleicht besser nicht. Okay, das ist nun ein bisschen exklusiv was. Okay, hier könnte man runter. Ja, aber ich glaube, da will ich gerne runter oder war ich doch schon gesagt, oder? Ich meine, ich bin doch da hinten irgendwo rumgetrunnt. Wenn ich jetzt nicht gerade irgendwas Blitz absehe, dann war es sich nicht drüben. Dann spare ich mir den Marsflug wieder. Okay, oder auf dem. Okay, ich habe es verstanden, wie da vorne muss ich auch. Curly Bill, Johnny Ringo und his compadres took off into the lumberyard und ich folgte nach. Und dann war es ein bisschen drüben. Und dann war es ein bisschen drüben. an effect. Curly Bill. Das ist Curly Bill. Oh, da hält's gleich schon was aus. Da mir noch so'n Huf fehlt, bin ich fast dafür, mich hier noch mal ein bisschen umzuschauen, bevor ich die letzte Tuge verpasse. Die Kiefer würde ich auch mal verfassen können, sonst das nicht. Wo wir da. Hoffen wir mal, dass ich nicht wieder voll trinken kann. Ich lass mir in den Schnitzel bauen. Okay, we need something to do. Just hand us something to do. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Noooing, we lost a door. We lost a door. We lost a door. And the next... Der nächste der Boss wird und stirbt. Johnny Ringo. Oh, oh, oh. Da hin, da hin. Nein, Hand da hin. Das ist unglaublich, Herr. Ich dachte immer, Doc Holliday war der, der ihn töte. Komm, 90% Fokus geben schon. Nein, ich hab doch abgedrückt. War nicht schön genug. Das ist das Problem, wenn man versucht, den Fokus und die Hand gleichzeitig zu koordinieren. Das ist unglaublich, Herr. Ich dachte immer, Doc Holliday war der, der ihn töte. Bleib doch mal stehen. Und die Hand dahin. Fokus passt. Hand. Und jetzt nur noch auf ihn konzentrieren. Ja, Mann. Sorry, I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. No. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Innocence. Wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah. I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe to toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Toe to toe. Who consists? Und dann? Die glory. Äh der glory. Der Glorreiche. Der Tod, ähmh, der erste Kapitel von Seilers. Rachesager, ach komm, das gibt's doch nicht. Ich wusste, dass ich die Ressourcen brauchte, wenn ich Roscoe Bob-Brient schraubte. Und Hunting Plummer sah das eine gute Möglichkeit, sich zu rutschern, schnell zu werden. Als die Lokal-Vigilantes ihn als der Leader der Bandits verletzten, und er hat einen grünen Preis auf seinen Kopf gestellt. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape and that's where I thought I'd find him. Will man da irgendwas finden? Da unten kannst du auch rumlatschen. Jetzt hab ich mir schon gedacht, dass hier irgendeine Lagerdämonie ist. Aber wo? Aber wo? Ja? Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der gute alte Krot. Ah, da ist eine Leiter. Schön, nachdem der mir hier angeblicherweise irgend so ein Mut ist, würde ich mir den natürlich nicht entgehen lassen. What the f... Wo ist hier das Nugget? Ich sehe keinen Nugget. Ich will nicht schon in die Mine runter. Oh, krass. Und damit sind wir wieder in die Schufe aufgestiegen. Was hast du denn jetzt am Ende? Abgesägte Schroppflüter, Ranger... Und hier... Schroppflütergewehr. Nein, lass mal. Lade mal so gut sein, Kollege. Wir machen lieber mal hier den Ranger-Tree voll, würde ich sagen. Und holen uns das goldene Gewehr. Was ist das eigentlich? Hm. Na, passen gleich mit zwei Kugeln mehr ins Geschenk. Ist das schön. So, das ist doch noch gern. So. Ich finde den Muneingang. Der ist irgendwo da hinten. Aha. Na, da bin ich doch so mehr da bin ich mir dran vorbeigelatscht, ne? Schön, schön. Ja, da kommen wir nicht runter. Hier kommen wir schon. Wo sind eigentlich die zwei Deppen, die sich da unterhalten haben? Weil sie nicht gerne neben Sprengpulver stehen. Na, ihr müsstest ihr zwei sagen. Äh. Ihr seid schon tot. Ganz ernsthaft. Wir haben ein bisschen Gewährmutation für mich dabei. Pistole. Pistole. Ich hab das gleich. Hm. Ne, ein Ranger wäre ich gar nicht. Ein verzierten Ranger. Wer will sowas schon? Wer will sowas schon? Ich bin mit meinem Sexschusser eigentlich ganz zufrieden. Ich bin ja nochmal runtergegeben, ne? Das ist, glaub ich, jetzt der andere Weg, wo ich grad eben bin. Oder ich muss rauskommen können, oder? Und genau. Und da hinten hab ich nämlich schon mein Versteck gepilatet. Schön, schön. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir weiterkommen. Irgendwann ist wieder 31 Schuss. Ach, ja. Hier geht's dann da allein. Oh, long, don't move. Na, wo geht's? Oh, long, don't move. Oh, long, don't move. So, da hinten also. Das heißt, äh... Ah, ja. Das heißt, wir sollten uns nicht von ganz so großen Höhen nach unten schmeißen. Den darfst du generell wie... Gut, da kommen wir auch nicht mehr. Können natürlich mal unseren Skeletree noch mal ein bisschen begutachten. Und mal rausfinden, wo wir denn als nächstes investieren wollen. Nee, doch nicht? Okay. Dann halten wir den. Geh mal weiter. Ja. Ich wusste, dass das Dynamite nicht meines war. So habe ich entschieden, dass das politische Problem wäre, dass es zurückgekommen wäre. Es war der größte Goldrug seit Sutter's Mill in 1948. Leider, die Prospektorinnen waren nicht die einzige, die zu diesen Richtigungen getroffen sind. Denkst du echt bekanntest? Ich glaub, es geht los. Es waren Thieves und Killers, Robben-Traveler und Hijack- und Gold-Shipmen. Okay, das war mal Feuerverschwerden von ganz so. Aber wenn wir uns nicht von der Stammkrieg, der von ganz so. Und das war dann mit Kugendippen. James, der arbeitete in der Stammkrieg. Sam und Jeremiah Barber, die Butcher-Sons. Ordinary citizens, die lebten ein double Leben. Stehlen und thieven und murderen ihre Nachbarn. So, wie sich das heute gehört, zu den damaligen Zeiten. Weiß ganz, dass du dich beschwerst. Ist ja nicht so, als würdest du es anders machen. Das war wohl irgendwas vom Regen. Oh, ist das gut? Können wir uns gar nicht mehr austauschen? Nein. Ich muss das noch mal ein bisschen rausbekommen mit der Bulle-Time, was das heißt. So sind wir nicht mehr, nicht so ganz sicher. Vielleicht gehe ich auch wieder zurück auf den Geräum, oder? Da ist es nicht mehr ganz voll. Ah, warte mal, da komme ich ja gar nicht. Was mache ich denn hier? Ja, was mache ich hier oben? Da guckt noch jemand, was am Abbruch ist. Nein, das ist natürlich nicht. Also laufe ich wie immer dumm durch die Gegend. Ja, alte Traditionen muss man beibehalten, ne? Also soll man pflegen. So, dann gehen wir mal die Wallen. Die Kette ist ja nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht. Dann geht's nicht mehr. The rest of us were veterans of the Civil War, stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh, Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll, a hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand, while stealing them blind with the other. Er hat sich eine Defensiv-Permitär, die ich nicht wusste, wie zu brechen. Gefängnig, wundervolle Individuen. Ich war übernommen und in den Weg über meine Hände, aber ich war zu verdammt und dumm zu verstehen. Sie mussten haben gedacht, dass ich mich touched hatte. Oder hatte eine Art von Todeswege. Das gilt aber für die Jungs genauso. Nein. 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 Natürlich nicht, wer denkt denn noch zweimal nach? Ich meine, wer hier zweimal denkt, der stirbt mindestens einmal. Ja, dass man immer schön handelt und nicht hält. Hm, also ich kann nur 36 Probe mit herumtragen. Das erklärt natürlich, warum ich laufend außer Monizont bin. Vielleicht sollte ich doch mal einen Punkt noch in die Munition packen. Dann kann ich immerhin doppelt so viel noch mit mir herumtragen. Aha, bis zum nächsten Level ist es noch ein bisschen. Okay. Also sehr. Ah ja, jetzt ja. Schau mal, ich habe wieder tolle Konzentration. Vielleicht kommen wir immer wieder in einen schönen Shootout auf. Ich dachte, ich war ein bisschen wie ein Hero. Nein, kein Geld wirst du sicherlich nicht. So viel weiß sogar ich schon. Lass mich raten, da müssen wir sogar lange, ne? Tatsache. Dann guck mal, was noch passiert. So bin ich jetzt in meiner Meinung nach rausgekommen. Halt. 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 Ach, das macht keinen großen Unterschied, also halten wir uns gar nicht länger damit auf, sondern wir machen uns auf den Weg. Na und. Um Well罷 esурezing und gehenawai, um mein Geschatem zu meetete. Genau. Ich würde sagen, euer Des مش positioned in der nächste Folge wieder einzuschalten. Ich wünsche euch bis dahin, wie immer viel Spaß und tschööööööööööööö- Vielen Dank.